Ich hätte gerne so richtig Original-Woods 3 gegen 3 Ja Original-Wood Ey wir sind grün Ja, grün ist geil Alles was nicht grün ist, stirbt Ok wir fangen direkt mit dem ersten Fight an Im Plain sind wir hier, oder was? Also heißt es, wir fangen mit dem ersten Fight an Ja, wir spielen, wir sind das erste Team was spielt Achso Eure Waffe auf Automatik schnell, ne? Ja, ja Nicht vergessen Ok, einen hab ich Einer hockt oben Obgleich hab ich mich jetzt erschrocken, Alter Ja Ich bin aus da Wow, Alter Nice Alter, was ist los? Alter, ich bin ja schon halb tot, Junge Ja, sehr gerne, wir haben gewonnen Ja Haben wir haben es gehabt Sehr knapp Oh, okay Oh, okay Dino Alter, die Namen Dino 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 Wo sieht man das? Hier auf der Anzeigetafel rechts. Ah, oh. Das sehen sie überall im Gucken. Oh, hier wie eine Matze, Junge. Bleispender. 2 zu 0. Ich würde gerne mitschießen hier. Das sieht so einfach aus von hier. Eigentlich wirklich bloß geradeaus. Das ist ja geil hier mit der Anzeigetafel. Das fetzt. Ey, geil. Das ist eigentlich nur ein Schlauch. Das ist geil. Gucke da rennen sie rum, Alter. Da oben stehen auch welche, oder? Ja, hinten die campen. Macht euch raus hier dort. Da hinten stehen die anderen und gucken auch runter da oben. Jaja, die sind alles Zuschauer jetzt hier, die anderen Teams. Schönes Ding. Alter, wie lange geht denn dann so eine Runde? Jetzt im Plane. Im Plane. Geil. Oh. Ich gucke wie. Eigentlich schnell eine Banate hinter das Plane facken. Am Anfang. Ja, du kannst sie nicht so weit facken wahrscheinlich. Ja, ich geh vorher hoch. Na, du müsstest zumindest hoch gehen und die am Flügel lang schiehen. Am Flügel lang. Ja, irgendwo dahinter facken. Die Flagge ist unter dem Flugzeug. Also unter dem Plane meine ich. Eben. Plane. Jetzt hab ich doch schon. Wenn mir die Flugzeugkünfte nichts anfängt, tut mir leid. Ja, ja. Sorry, sorry. Ich dachte du bist auf der falschen Map unterwegs. Ja, nee. Sorry. Toni Hellfinger da hinten. Toni Hellfinger. Da kommen sie. Die Jungs. Ah. Ich hab irgendwie billige Plätze, aber ich da. Ah, jetzt. Wir gucken hier. Oh, Granate schön. Oh, sein Maid weggeladed, Alter. Das gibt Ärger. Das ist ehrlich. Da bist du schon hinten dran. Und dann näte dich sein Maid weg. Gut, ging schnell. Geil. Ich bin dann in die Knie gegangen, sorry. Ja. Erbarmungslos zusammengerutzt. Geil. Wie Gelee. Wie Gelee. Die Zor, Junge. Jägliche Kraft aus den Knochen, genau. Die Zor hat seine Maids umgelegt. Oh, die werden ihn hassen, Junge. Schlagartig war der Halt weg. Wie sieht's aus hier? Kannst du ja in die Schraube hoppen. Kannst du ja in die Schraube hoppen. Ich bin dann im Start. Luftpanda. Luftpanda. Stay alo to my little friend. Oh. Geil. Alter, selbst das Team, was wir vernichtet haben. Tötet die Türkis vorab dann. Echt? Ja. Oh, jetzt hier. Oh, 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 oh. Oh, Türkis gewinnt doch. Ich war zu voreilig. Türkis, okay. Ja, eine chill dort unten. Wo ist denn der rote, also der letzte rote? Ja, ich sehe ihn auch nicht. Ich sehe bloß den Türkis verabnen. Hm. Ah. Ja, wo seid's? Ah, nee, da ist Türkis. Das ist auch Türkis. Zwei Türkise sehe ich. Aber kein Ruder. Der hat sich im Plane versteckt. Ja, stimmt. Denke ich auch. Der macht jetzt hier die Strong Tactics. Der will das Ding einfach einnehmen lassen. Oh, er steht da hinten. Siehst du? Am Plane Anfang vorne. Am Cockpit eigentlich, ja. Da dunkte sich. Der hat sich einfach versteckt. Und die haben nicht gesucht, nicht gefunden. Die hatten Angst. So, wir sind nächste Runde wieder dran. Krass, geil. Das ist ja auch geil hier, der Modus. Das ist geil gemacht. Oh, wie die Käfige aufgehen und die Tiere rausgehen. Ausgelassen werden. Wie Stiere. Naja. Oh, hier. Der Roten, Junge. Sie rennen ins Plane rein, wie die Geisteskranken. Hm. Wir gröntchen die, ich schau's aber. Der D90, Alter. Gegen den haben wir vorhin, glaub ich, auch schon mal gespielt. Hm. Gegen wen? Okay, okay. 90, oder? Dann hinten haben einen, der rief mich. Lustig. Hm. Der eine liegt hinten am Flugzeug, der Motor. Der andere gräbelt unten. Oh, wie er eine gekriegt hat. Schön in die Fresse beim runterfallen. Oh. Azur hat gewonnen. Ei, 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 ei. Okay. Los geht's, bre. So, wir müssen alle platt machen. Ja. Wir sind jetzt dran, wir sind jetzt dran. Mhm. Ich renne wieder ins Plane. Ah, die campen ganz hinten. Der erste ist weg. Ja, ich bin tot. Den hab ich. Ja. Ja, er sch... Alter, er schießt ins Triebwerk. Nein! Ich hab grad im Augenwinkel gesehen, den Idioten. Das war bleibens. Kollege mit der... SKS? Ah, der ist links von dir. Ah, der ist links von dir, oder? Du kannst capturen, oder? Ja! Alter, was war'n das? Nein, der wollte boxen, oder was? Der wollte dich boxen. Mich einspringen, von hinten nehmen. Der hatte die Achse da, ein Schwein. Oh, geil, Junge. Was für ein Pixelhaufen auf einmal. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschieße. Ich war eh eben drin. Ja? Also ich geh jetzt nicht unten lang. Okay. Ja, der Boy, der schießt in die Turbine rein und tötet mich. Alter, tut mir leid. Das... Ich geh oben. Ich geh wieder oben. Ja, da hat schon einer. Linke Seite. Du musst mich kurz heilen. Schwere Wunde. Ich bin hinter euch. Ja. Er ist unter dir. Oh, die nehmen das Objective ein. Ich habe ihn, unten. Okay, cool, cool, cool. Oh, noch einer, noch einer. Jawohl. Aber? Objective wird gecaptured. Ja, hier hinten ist er hier. Oh, jawohl. Haha, geil. Ich seh das Freeplay noch, Alter. Ach so? Haben wir gewonnen? Ja, okay. Schön scheinlich. Ich dachte... Ich seh das Freeplay und dachte mir... Hey, das Objective wird doch... Okay, okay, okay. Oha, 3-0. Das ist extrem. Ja, dreht völlig durch. Ja, ich drehe ab. Was willst du machen? Ja, guck mal. Da sind wir wieder auf Platz 1. Ja. Wir haben die Zweitbeste aber schon... Die Zweitbeste haben wir schon gebumst. Okay. Das war jetzt das Team gerade. Na, da werden wir die Letzte auch noch schaffen. Ja. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Das letzte Team Rot hier. Naja, hier... Naja, Bad Cop, ja, und Don Vito. Don Pino, meine ich. Ein... Ein Roter ist unten und zwei sind am Spawn dahinten. Okay. Na, Gorgi studiert schon die Taktik. Ja, du kannst... Bei manchen kannst du... Kannst du die... Geh quasi immer den selben Weg, immer das Gleiche. Und da weißt du schon ganz genau, okay, wenn du dort eine Nade hinwirfst, hast du auf jeden Fall. Das hat schon das ein oder andere Mal eine Runde entschieden. Also sie spielen sehr defensiv, wie es aussieht. Mhm. Ja, ja. Rot spielt sehr defensiv. Kanntet03. Sie sind direkt optimistisch. Man können nicht nehmen, wenn man the current nicht mehr zu weit ist. Keine Wurzeln. Okay, options gibt es. Ja, wir machen. Ja... Ich hab ihn noch. Ja, wir machen. Ja, wir machen uns. Wie macht ihr gut? Okay, wenn du hier wirklich? Der Rote hockt da oben auf jeden Fall, da hockt die ganze Zeit einer hinter dem Ding. Na einer hinten am Flugzeug, wieso? Jetzt, jetzt bewegt er sich, jetzt bewegt er sich. Flugzeug. Und verloren. Ja. Wie lange die einfach dort chillen und nicht so. Ja, Wahnsinn, ne? Die haben gar keinen Bock zu gewinnen. Die haben nicht, die haben nicht eine Runde gewonnen, die Roten. Die haben gar keine Runde gewonnen. Mhm. Naja, dann würde ich vielleicht mal sagen. Wir haben, den Auftakt haben wir gegen Türkis gespielt. Dann jetzt gerade gegen, äh, gegen die anderen Blauen hier. Ja, klar. Mit Soules Ginger und Oz Gaming. Und jetzt ist hier Don Pino dran. Mhm. Und der G90. Ja. Ich würde sagen, wir gehen unter das Flugzeug und halten schon... Guck mal, Rot. Da ist wieder einer dort hinten. Mhm. Guck mal. Den zweiten sehe ich nicht. Einer ist unten. Oh. Oh. Easy. Geil. Ja, der hat natürlich... Alter. Ja, jetzt hat er den Arsch gerade da hinten. Ja. Also wir gehen, ich würde sagen, wir gehen unter das Flugzeug, dass wir gleich capturen können. Die kommen eh nicht aus dem Knick. Und der hockt da oben hinterm Flugzeug und wartet jetzt, bis der andere hochkommt. Ne, warte mal, Korki. Ja, hör mal zu. Wir zwei gehen runter zum Capturen und ich bleib oben mit dem Flugzeug. Falls die durchbrechen wollen. So würde ich sagen. Denkst du, dass die durchbrechen? Naja, zum Schluss werden sie auch heldenmutig. Da wollen sie Capturen. Dann könnt ihr die zwei unten wegmachen und falls doch einer durchbrechen sollte. Boah, unten durch? Okay. Oder willst du ins Flugzeug? Immer ist es egal. Ne, ach, alles gut. Geh, geh, geh. Ich werfe jetzt erstmal die Nate rüber. Mhm. Okay. Das ist erstmal Plan... Plan eins. Da ein oder zwei, das... Je nachdem wie weit die Nate da oben fliegt. Das wäre ganz, ganz gut. Da muss ich erstmal... Da hoch und dahin werben. Ja. Mhm. Und dann komm ich runter. Mhm. So, ich werfe die Nate. Hoffentlich kommt sie an. Ich halte die Stellung. Okay, den hab ich. Okay. Ja, ich geh jetzt hoch. Ja, ich geh jetzt hoch. Hab einen. Okay. Oh, schönes Ding. Erste Runde gewonnen. Schönes Ding. War eine schnelle Runde, Mann. Kurzer Prozess. Ja, das ging sehr. Das ging sehr fix. Die waren selber überfordert. So, hä, 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 wo kommt der? Geht schon los? Ah, ist schon vorbei. Alter, krass. Die verbringen mehr Zeit, damit sich die Mets reinzustecken am Anfang der Runde. Ah, als sie tatsächlich vielleicht. So, jetzt wärm ich die Nate mal da rüber. Dann gehen wir gleich mal hier unten lang. Oh, Nate hier unten. Ja, einer ist schon dort. Boah, zwei da oben. Wen hab ich? Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, shit, dich fast getötet. Alter. Macht das nicht. Ja, einer ist hier auf jeden Fall hier oben. Oh, hat mich, hat mich. Boah, der ist unten. Hä? Der war oben. Es war uns weh, hä. Oh, wir haben die Runde verloren. Was? Ja, ich weiß. Green, Junge. Green gegen Azura. Was ist da los? Scheiße, wir haben gelust. Ich hab gelust. Ja. Ich dachte, was das denn klappt. Hm. War doch zwei. Ja, das geht. Hm. Oh, Entscheidungsrunde. Jetzt müssen wir aber... Ja. ... wieder konzentriert. Ich weiß auch nicht, gegen welche Team wir jetzt spielen, tatsächlich. Ach so, ich dachte, gegen die Entscheidungsrunde. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß nicht. Das muss nicht zwingend heißen. Deswegen bleib ich jetzt vorsichtig. Okay. Ich sehe einen blauen. Ja. Peter. Warte mal. Ich schmeiß ne Blendnaid raus. So. Oh, komm voll hinten. Ja. Siehste, das nehme ich jetzt den blauen. Und die sind? Ach, die hocken wieder unten. Ach, die hocken wieder unten. Dazu sind wir da zwei unten. Ja, wir hätten den... Wir hätten den unten pushen müssen oder so. Äh, oben. Ey, ich verstehe, warum der nicht umgekippt ist, alter. Ach, scheiße. Das ist doch schlecht. Schieß halt. Ich muss trotzdem schießen. Ja, ich kann doch trotzdem schießen. Ich muss schnell abknallsen lassen. Ach, was soll's. Juckt mich doch nicht. Soll er sich doch echt lovieren. Okay, wie macht man es jetzt gegen die? Tja. Runter, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ja, dann würd ich sagen, zwei wieder unten lang, oder was? Mhm. Ich halte oben. Falls sie vor euch pushen. Ich push nicht. Ich halte bloß die Stellung. Ah. Ach, Kamer. Boah, alter. Was hält denn der aus? Ja, alles. Ostgaming. Seid ihr noch am Leben? Nee. Nee, ich büße den Hut. Ey, er springt da rum wie ne Hexe, Junge. Hat keine Beine mehr. Nachladen, alter. Der Wichser. Jaaa. Jaaa. Na vor allem, was ich nicht verstehe, er ist am Sprinten. Ja, und schießt. Und instant schießt der. Das verstehe ich auch nicht. Wie geht's immer? So wurde ich jetzt schon öfters gekillt. Und letztens bin ich auch gesprintet. Weil schießen. Boah, alter. Da holt er erstmal die Piknik-Decke raus. Dann wechselt der erstmal noch Kleingeld. Bevor der anfängt, die scheiß Waffe raus zu machen. Ja, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Aber das ist mir auch ne Rätsel. Ey, und der sprintet, der sprintet, springt und drückt in dem Moment direkt ab. Wo ich mir denke, hä? Also. Wahnsinn. Na ja, schade. Aber überhin. Das ist Platz 2. Jaaa. Nicht übel. Nicht übel. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert dann irgendwie so. Ich meine, uns hätte es auch wie rot er gehen können, hä? Null Punkte. Der Rote war leider Gottes nicht so gut, wie er sein hätte können. Wenn sie sich bemüht hätten. Naja, egal. Ja. Gut, Jungs. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Play, sehen wir uns später nochmal. Ja. Ein paar Runden Fortnite. Ja. Birnen pflücken. Nein. Bis später. Korki, mach's gut. Schönen Feiertag haben wir euch hier. Ebenso. Genau. Schöne Weihnachten. Gute Notsch und so weiter. Gleichfalls. Gleichfalls.